Ja. Genau deshalb bewegt sie sich, oder nicht? Ich glaube, dass da gerade so aus dem Lichtfeld bleiben und ihr das Fass auf den Kopf schmeißen. Das sind die, die hier irgendwo höre ich einmal. Ach, da oben. Jesus. Uiuiuiui. Okay. So, okay, wir haben die Schlüssel. Das ist Silent Key. Die steigt wieder auf. Das ist okay. Hilft ja nix. Oh, dann leg ich die Chesty gleich. Fuck. Nein. Nein, 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 lass mich gewohlen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Das war aber letzte Sekunde jetzt. Puh. Mann, Mann, Mann. Erstmal ein Snack hier. Puh. Also, ich werde mal speichern. Okay. Okay. Alles klar. Ne, ne, jetzt komm, lass die mal stehen. Ne, ne, noch eine Tarotkarte. Was ist das? Crystal Hearts. Mhm, der Nachttopp. So, muss hier irgendwo zurück. Dort, oder? Ah, hier. Dort leider. Ah, wir sind schon mal draußen, ne. Das ist schon mal gut. Ascent the Watchtower. Stimmt, wir wollten ja auf den Machtturm hoch. Okay, ich hab grad keine Ahnung. Mit der kann man reden. Und Blacksmith. Alles gut, Herr Maus? Du redest mit mir? Du wirst nicht, wie, äh, die Waffen rufen? Wollte ich eigentlich nicht. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Was meinst du denn? Sieht aus, als wärst du verloren, um zu suchen nach Antworten. Für ein paar Florien könnte ich dir ein, zwei Dinge sagen. Wo frage ich? So kommt meine Frau mir her. Hast du sie gesehen? Hm, Post. Ja. Wenn sie ein Prisoner ist, dann ist sie nicht hier. Where would she be? In there. Oh, was there something else? I. No, I might help you. This place is like a maze. Can you help me find my brain? Ein Labyrinth. Need a map of this place. Can you help me? Hm, if you can't find my brain, I can sell them to you for six... Mach ich jetzt, ist mir egal. Moment. So, the map of the Sue is pretty rich. Oh, a courtyard. Alles klar. Thank you, no. Thank you, no. Ah, guck mal. Okay. Wenn man fleißig sammelt, kriegt man auch den Quatsch hier. Und kann... Okay, Stringer. Und kann sich... Ja, das Suite of Armor, made of Iron Plague. Ja, das Suite of Armor, made of Iron Plague. Ist gut zu wissen. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hm, ich geh mal hier rein. Zumindest hör ich mal keine Wachen hier oben. Ich frag mich. Ah, ja. Wollte schon wissen, ob es hier... Strongbox Key, okay. Ja, das ist halt sehr viele, sehr viele Schlüssel hier offenbar. Das ist viel mit Schlüssel gegated. Ist jetzt nicht so das innovativste Gameplay. Aber ich finde es ein bisschen süß hier. Erstmal Wache. Hm. Empty Chest. Empty Chest. Aha. Die ist auch empty. Das ist ein bisschen alles verkommen, habe ich das Gefühl. Okay, diese Rattenlinge kann man verbrennen. Weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Vielleicht ist es einfach nur so ein Collectible. Dann hätte ich es ja eh schon verkackt. So richtig was sehen, tue ich jetzt hier auch nicht. Aber... Ah ja, ich glaub das ist so ein Secret Place hier. Also... Aha. Puh. Passt die falsche Tastik zurück. Okay, das ist wirklich Collectible. Collectible. Diese Rosen. Die brauche ich jetzt wirklich nicht zwingend. Die Sticks waren doch close. So. Mhm. Okay. Okay. Okay, so funktioniert jetzt alles klar. Dann gehe ich mal näher ran. Fuck. Was ist mit der Waffe? Warum ist die jetzt aufgescheucht? Was ist mit der Waffe? Warum ist die jetzt aufgescheucht? Warum ist es mit der Waffe? Das ist mit der Waffe. Was ist eine Waffe? Warum ist eine Waffe. Ich kann das mit der Waffe. Da muss ich doch ein bisschen aufpassen, hier. Okay. Wer ist das denn? Okay, dann haben wir die Ecke schon ausgedienst. Jetzt ist die Frage, warum ist der überhaupt in Alarmbereitschaft? Ich gehe auf jeden Fall mal hier hoch und schaue mir das von oben an. Na, das war der, na gut, hätte ich auch gleich den Turm nehmen können. Also vorhin. Was ist das? Chainmail Faceguard. Ja, so richtig hätte es aber auch nicht wehgetan. Ich gehe schon mal ruhig. Wenn der so runter drüben wirft. Ich gehe jetzt hier rein. Armory Key, okay. Wir müssen hier hoch auf den Watchtower. Wo ist denn der Watchtower hier? Ich würde mal sagen, der ist da unten links. Ja. Das lassen wir echt mal ganz schnell sein hier. Puh. Hier. Hier. Safe-Menü. Machen wir hier mal. Richtigen Safe. Uh. Mh. Hier ist ein Letter. Also vielleicht finden wir irgendwie einen cleveren Weg. So, vor der Wache habe ich irgendwie nicht so Angst. Ich glaube, die ist einfach nur verbuggt. Wie jetzt hier vorne steht. Dass hier irgendwie getriggert wurde. Irgendwas. Mh. Alte Kanone. Das sieht jetzt auch nicht so nach. Mal aufpassen. Ich glaube hier unten. So. Na. Zumindest habe ich gerade eine Ratte gehört. Ne. Sicher mal umlaufen jetzt damit. Ich guck mal hier. Tja. Hu hu. Später den Weg. Nicht so richtig. Gell. Muss ich mir mal. Ne. So ein richtiger Zimmer für später nicht. Das heißt aber. Ich hätte wahrscheinlich hier so rein müssen. Ja, das ist doch mal ganz hilfreich. Auf jeden Fall finde ich das ganz süß, ein bisschen dürftig vom Gameplay, weil es auch immer so gleich ist, man schleicht eigentlich nur so rum. Wo komme ich denn da raus? Ich glaube, das sieht schon mal gut aus. Mal aufpassen. Das könnte sein. Okay. Quicksave, so. Ich glaube, ich muss hier hoch. Okay, man. Okay, man. Okay. 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 Okay.